Okay Leute, es geht weiter und zwar haben wir zwei neue Gutscheincodes in AFK Journey erhalten. Somit haben wir jetzt schon sieben Stück zu Release nach den ersten zwei Tagen, was auf jeden Fall ganz okay ist. Ich werde euch am Ende des Videos die beiden Videos, in denen ich euch die fünf Gutscheincodes gezeigt habe, nochmal verlinken und ansonsten irgendwann in der Mitte des Videos oder so nochmal als empfohlenes Video. Ich würde sagen, wir gehen direkt drauf auf die Einstellungen, gehen auf Sonstiges, gehen natürlich auf den Punkt Aktionscode, denn so kann man diese Gutscheincodes hier in AFK Journey eingeben und dann würde ich sagen, geben wir auch schon mal direkt den ersten ein und zwar lautet dieser AFK Journey 88, wir drücken einmal auf Bestätigen, wir bekommen somit weitere 100 Diamanten und 18.000 Gold, ist auf jeden Fall ganz fair und hier haben wir noch den zweiten AFK Journey Zenni, irgendwie sowas und hier haben wir nochmals 100 weitere Diamanten und 18.000 Gold. Lasst natürlich gerne ein kostenloses Abo da, falls ihr in Zukunft keine weiteren Videos zu neuen Gutscheincodes zum Beispiel verpassen möchtet für AFK Journey und ansonsten sehen wir uns dann mit dem nächsten Video. Macht es bis dort auf jeden Fall gut Leute und ciao!